so ich mach mal wieder ein bisschen shoppen hier habe ich diesmal ein blechstil gas station finest of fine full service ist cool gemacht ist auch so ein bisschen rau gehalten 30 x 40 cm groß keine ahnung von welchem hersteller das ist ist auf jeden fall so ein bisschen old school gemacht und das finde ich natürlich richtig nice das ist ja genau meins das fühlt sich wirklich gut dann das ist ein bisschen fühlt sich so an als wenn man irgendwie schlafpapier anfasst ja so in etwa ja wie man kann man sicherlich auch hören sollte ich das finden wo es das zu kaufen gibt also ich habe es jetzt im laden gekauft aber wenn es das online irgendwo gibt werde ich euch das raussuchen werde ich das raussuchen werde ich das natürlich verlinken ihr könnt mir gerne ein like da lassen wenn ihr bock habt oder meinen kanal abonnieren oder meine anderen videos gucken oder 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 ich wünsche euch noch einen schönen tag bis denn dann ciao